sterben tut ihr sowieso was ist da noch einer will ich zuerst mal meine munition aufnehmen kumpel ja das war mein mecker es ist jetzt elf uhr morgens also jetzt wahrscheinlich nicht wenn das video oben ist dann ist nicht elf uhr morgens bei mir im real life du sagst mir Mistkerl was bist denn du wenn du auf mich schießt nö du kriegst mich nicht vergiss das bämm nice kill ne der war nicht schlecht ups ja mit nem headshot ne was ist denn eigentlich da oben sind da noch mehr ich denke nicht so mal fünf mal zur sicherheit ne sind keine gegner mehr nicht dass ich wüsste das ist psycho ahaha fail brauche feierschutz nein brauchst du nicht mein freund man hat das einen verschissenen rückstoß hier du hund was für eine beleidigung mama mich beleidigt er hat mir hund gesagt das ist eine beleidigung wie wärst du mal eigentlich sterben ich glaub das muss ich mit der maschinenpistole erledigen oh Gott f5 wow double kill oh damn it wow der war voll in die fresse oder also ich glaub es zumindest maximale panzer um so das hier sollten noch mehr kva sein jawoll ja der ist bedient na sonst noch was zu sagen hab da hier ein bisschen c4 hm das könnte auch so gehen ne ok schade dann platzen wir halt das hier hier ein bisschen weg und kawusch ja nomad bin in position wie ist der plan psycho ich hab mich am hafen rumgesehen der kreuzer da unten knistert vor lauter technik vermutlich stört er unser gps wenn du ihn erledigst haben unsere bomber freie bahn freie bahn dann machen wir mal f5 dann haben wir auch freie bahn so ja hast du gut gemacht maximale panzer um hast du gut gemacht ihr habt's probiert ihr habt's probiert meine freunde aber ihr seid halt auf dem level hier asiaten und ihr wisst ihr seht halt nicht immer wo es durch geht ja das ist halt so ich erkundige mich hier noch ein bisschen weil ich habe stimmen gehört maximale panzer um ok muss ich angst haben ja muss ich dram aesthet maximale panzer um maximale panzer um maximale panzer um w viens uuuhh ich geh mal hinter die maximale panzer um maximale panzer um vorrücken ja rück dir mal vor Ah! Wow! Oh, das war so was von Fail. Mein lieber Scholli. Hast du eine Pumpgun? Dankeschön. Ah, perfekt. Was ist das? Gut, das ist gut für Mord und Totschlag. Da kannst du... So tötest du schnell einen. So, ich speichere mal. Nehme die hübsche Maschinenpistole. Wow! Oh Gott! Alles klar. Nichts, Granate. Ja, ja, also ich kontaktue mich auch. Das sind Scharfschützen. Habt ihr dich schon gesehen? Du kleine Knalltüte. Na los. Ah, da oben. Oh nein, ist schon wieder ein Helikopter. Alter, wo ist er? Oh, dammit! Nein! Nein, ihr verdammten Huren-Söhner, Mann! Wo bin ich jetzt? Ne, ist es euer Ernst, oder? Mann! Tarnfeld aktiviert. Wenigstens haben die mich noch nicht gesehen. Maximale Panzerung. So. Na hola, der Scharsch! F5! F5! Headshot! Ach! Ja, du bist guter. Guter Landung, mein Freund. Respekt. So, jetzt kommt der verschissene Helikopter wieder. Nein. Bück dich doch endlich mal. So. Schnell, F5! Dankeschön. Ah, ein Auto. Auto, Auto. Brumm, brumm, ha? Ja, gut. Hab noch einen Schuss übrig. So. Erschießt ihn. Ja, ich hab jetzt grad euch erschossen, mein Freund. So, Raketenwerfer. F5. Und. Ja! Du sagst es. Ja! Ja! Hier mit der Munition, bitches. Oh, das war jetzt ein ekliger Schmatzer. Oh, wie komm ich denn da rauf? Was ist mit Amerikaner, ha? Do you want a problem, dude? Yes, you want a problem. And you can have a problem. But now. Sag mir, wie ich da hochkomme, verdammt. Achso. Achso. Ich hab verstanden. So, F5, wir sind da auf dem Schiff. Hallo. Überraschung. Kontakt verloren. Ja. Nur steh ich immer noch hier. Ja. 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 So, macht mal ein bisschen Musik hier. Was ist da los? Keiner mehr hier? Nobody? Was haben wir denn hier? Ah, der Helm vom Kumpel hier. Oh, bitteschön siehst du... Achso, ist das der Störsender? Muss ich mit dem Raketenwerfer drauf? Ich weiss es gerade nicht. Wo sehe ich die Ziele? Ich schiesse jetzt einfach mal drauf. Okay, er hat nichts gebracht. Toll. Hä? Gut, jetzt noch mal einen Raketenwerfer, das ist gut. Ja, jetzt muss ich sicher hier rein. Ja, wohl. Boah, nicht so laut, Psycho. Das war's. Flugabwehr neutralisiert. Markieren Sie jetzt mit Ihrem Laser den Kreuzer und genießen Sie das Feuerwerk. Welches Fernglas? Tut mir leid, ich hab kein Fernglas. Welches Fernglas? Verdammt nochmal. Nee. Nee. Wer hat das schon wieder funktioniert? Oh, wie geht das schon wieder? Mann. Muss ich hier hoch? Maximale Stärke. Maximale Panzerung. Ziel mit Fernglas erfassen. Ja, wenn ich noch wüsste, wie das geht, dann würde ich es ja auch machen. Mann, ey. Leck mich mal. L. Ich probiere jetzt alle Tasten. Zuerst F5. P. O. I. Nee, das Nachsicht. U. Z. T. Nee. E. Nee, das Nahkampf. V. Nee. B. Moment, ich muss zuerst mal vom Kreuzer runter. Meine Lieben. Das wäre vielleicht keine schlechte Idee. Maximales Tempo. So. Maximale Panzerung. Dann mal los. Snakebite 1, hier ist Echo Miner. Ziel bestätigt. Wir kommen jetzt rein. Jetzt geht's los. Kabusch. So. Der erste Teil hat da schon mal geschrottet. Nein, jetzt habe ich weggeschaut. Boom, boom. Boom, 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 boom. Bum, boom, boom. Wir schicken schwere Senkrechtstarter mit Panzern. Währen sie die Luftunterstützung der KVA ab, bis wir da sind. Over. Adios. So, F5. Was muss ich jetzt... Muaah. Wo sind denn die Panzer? Sagt mir das. Gut, ich habe noch einen Raketenwerfer. Bäm, Baby. Juhu. Oh, yeah. Eisenbahntunnel. Okay. Der ist wo? Ach, ist nicht weit weg. Bis dahin können wir noch laufen. Energiekritisch. Und dann ist der Parlauch schon zu Ende. Ähm. Ah, das sind unsere da. Maximale Stärke. Maximales Tempo. Moment, ich will da noch kurz vorbeischauen. Ich könnte noch ein bisschen Munition gebrauchen für Schroppfl... Ne, doch nicht. Gut, vielleicht wenn ich... Boah. Sonst was? Fakir 71, Fakir 71, Fakir 71. Äh... Granaten habt ihr hier nicht, ne? Ne, kein Geld. So. Ich würde sagen... An diesem Ort hier... Sagen wir mal... Bis morgen. So, noch schnell speichern und... Tschüss. Losähmon G hirn G weiss... Dann werden ja mein Herz. лишimos er 68 .... Losälen. Eläker. Nossa defence das habe ich dir... Losäktais naalük an 2000...